schuld. Ja weißt du woran das liegt Andrews? Die Ente kommt nicht ans Gaspedal. Zu kurze Beine. Herzlich Willkommen in diesen Schlitten mit einer weiteren Geflüchtetenrunde Let's Play Grand Seft Auto 5 Online. Die erste tatsächliche wahre Aufnahme. Das andere war ja so ein bisschen specialisch. Ich bin Gast beim lieben Anime Fan und habe noch ein paar Leute mit dabei. Zum Beispiel die liebe Lee Cooker. Hallo. In Fabi. Hi. Copy. Hallihallo. Und auch Fritzi ist mit am Spizzle. Hallo. Hallihallo. Und das neue Jahr beginnt so geil wie das letzte geendet hat. Nämlich mit einem Automatikparcours im Osiris. Verwandlungsrennen gab es bei uns schon, aber noch nicht in dieser Konstellation. So. Meine Fresse war es jetzt wie gelabert. Viel gelabert und wenigstens. Die gewisse Schatten neu. Okay. Wir können jetzt mit dem eigentlichen Rennen beginnen. Das ist auch langweilig wenn ihr nur redet. Oh das sieht schon wieder lecker aus da links. Oh nein. Lecker lecker schmecker. Ist da einer stehen geblieben? Einer ist sehr weit hinter mir. Was ist da los? Ich weiß aber schnell. Und jetzt ist das der Osiris? Ja der Osiris. Wunderbar. Das gilt nun. Ich gilt das. Liebe Freunde. Das ist die Map die wir schon mal hatten. Oben rechts ist das ganze Ding verlinkt. Ladies and gentlemen. Verwandlungsrennen vom lieben Micha. 69% hat das ganze Teil. Wir kennen es schon. Aber es ist ein Stück secret. Ich bin mal gespannt. Und wir drehen. Ja ne ist klar. Der will mich auch aufs Kon. Ja ne. Ah. Aber ich bin falsch gelandet. Aber trotzdem den Punkt bekommen. Ja ich bin auch falsch gelandet. Aber trotzdem den Punkt bekommen. Ja moin. Wuuu. Über die Decke und wuuu. Ja ne. Kino-Modus ist klar. Wuuu. Ja der Lacker Fritzi. Skiller. Und? Jetzt kommt was kommt jetzt? Das sieht doch wieder krank aus. Also ich bin komplett falsch geflogen. Okay. Ich bin grad dumpf eiskalt gegen den Fall gefahren. Ich auch. Jawoll. Na mein Herderling. Dankeschön. Ich hoffe du hast auch Spaß beim zugucken. Wenn du willst kannst du auch später mitspielen. Also Fogs ist Speedtail. Passt das? Alter ist die Geile. Ne. Ich muss die jetzt wirklich viel viel langsamer fahren um da jetzt ranzukommen. Ich hatte echt Feuer unter den Arsch ey. Die ist richtig geil. Yo. Nein. Geile 14 sagt er ist immer noch besser im wallreizt als du Ares. Töööö. Er würde das gerne beweisen aber leider ist seine Grafikkarte kaputt. Aaaaah. Wenn das stimmt dann ist es ärgerlich. Wessen Grafikkarte ist kaputt? Die von Geilo. Also Grafikkarte kaputt das gönne ich keinem wenn das. Ne das gönne ich aber auch. Okay hat bei mir nicht funktioniert hier gerade. Nein ich hab die Speed nicht erwischt. Ich falle. Bei mir ist in einem Livestream tatsache mal mein Netzteil abgeraucht. Das war ziemlich bitter. Wow. Nachdem ich eine neue Grafikkarte eingebaut habe. Echt. Wow. Oh das ist ja. Profi Techniker war. Ja ich hab mich auf die Wattzahl geachtet ehrlich gesagt. Wow. Und ich hab mich bedacht dass ne geilere Grafikkarte irgendwie mehr Leistung braucht. Ja moin. Seltsam. Komisch. Dann kam irgendwie kein Saft mehr raus. Ja ja. Und dann war vorbei. Mitten im Livestream. Ich hab 180. Kann ich verstehen. Null war Bots der Febi bescheid gesagt. Digga hat mein Recht an Leuten. Ich wär das was. Oh ja. Das ist wirklich ärgerlich. Geilo. Bei mir funktioniert der eine Flip nicht. Echt nicht? Ne. Du musst nicht glauben dass ich das ernst meine wenn ich sage. Ja. Und Grafikkarten sind teuer. Ich meine das eigentlich eher scherzhaft. Ja glaub dir das schon wenn du sagst die Grafikkarte ist kaputt. Ja ne. Was ist denn hier jetzt? Über das besser als Ares reden wir dann nochmal. Ey der Typ ist krank. Irgendwas ist dann direkt in mir explodiert. Wow. Jederzeit wenn du eine vernünftige Grafikkarte wieder am Start hast und du wieder online bist. Dann können wir darüber gerne reden. Dann treten wir gerne mal gegeneinander an. In einem Livestream vom Anime Fan oder generell. Kein Problem. Bin da. Aber komm mir nicht mit irgendeiner Scheiß Party Rotze. Aber du hast ja gesagt du bist besser in Ballrides. Also sollte das eigentlich kein Problem sein. Kein Problem Herderling. Ich spiele jetzt auch nochmal auf der Placys. Hab ich jetzt irgendwann geplant. Ich weiß noch nicht genau wann. Vielleicht Sonntag war ich noch nicht. Hallöchen Mrs. Anonym. Ist immer schön wenn man anonym grüßt. Uh. Anonym. Oh. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Freut mich dass du mal einer Einladung gefolgt bist. Ich hab ihr nämlich geschämiert. Pass mal auf. Da und da bin ich heute. Geil. Wär nett. Kannst gern ein kostenloses Abo da lassen. Wär sehr schön. Dann sehen wir ein schönes Bild hoffentlich wieder. Aboschleimer. Das ist übrigens die Freundin vom lieben Nugget. Uh. Und den Nugget den kennen wir alle glaube ich. Real Nugget. Na toll jetzt krieg ich Hunger. Ja. Auf Ende ist es sauer. Ne. Ne. Gerade auf Nugget. 22 Nuggets für 4,99 bei Meckes. Nein. Müsst du ohne. Wir haben ja wieder Gutscheine ne. Ja. Wunderbar. Ich war noch nicht bei Meckes. Danke Ziegenpriester. Da ist jemand an mir vorbeigeflogen. Ich weiß ganz genau das ist der Coupon 211. Meckes ist so anfallsreich. Da müssen wir uns ja morgen treffen zum Big Rösti essen, wa? Eigentlich schon ne. Ich hab so krank Hunger auf Big Rösti. Oh voll geil. Alter. Beste Burger. So übrigens. McDonalds. Mal kurz unbezahlte Wärmung. Äh. Nein Nikuka. Was heißt hier unbezahlt? Meckes. Ihr habt meine Bankverbindung. Jo. Könnt euch. Und es geht ab. Also ich möchte hier 5k sehen. Muss ich ja irgendwo aufteilen. Du weißt schon, die bezahlen dich mit Rabattgutscheine. Warum ist das nicht angeteilt worden? Du bist so anonym. Sehr seltsam. Vielleicht mal schauen. Bitte? Gutschein für ein Small Menü. Ja. Ja ja. Wie immer. Ich bin bis zum nächsten zweiten Tag. Ein McFlurry dabei umsonst. Echt? Ich weiß nicht was ihr für Probleme habt. Ne. Bei mir hat der Flip wo du in diesen schmalen Schlitz fliegen musst. Äh. Dreimal nicht. Pupsi. 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 Der zweite Durchgang bei mir ist hochgradig sexuell. Geht der Timer los wenn ich reinfahre? Nein. Kriegt ihr das hinten noch hin? Also... Guck in den Stream dann weißt du was gerade passiert ist bei mir. Ich überdrehe an der einen Stelle. Ne tut mir leid Henning Kappe. Wir können dich leider nicht grüßen. Das machen wir aus Prinzip nicht. Doch ich grüße Leute. Ich mag Leute. Hallo Henning Kappe. Ich fall voll in den Rücken. Vor allen Dingen willst du nur Albus. Nein. Hey das wird dann sehr interessant wenn der liebe Anime Fan dann die Millionen knackt. Dann blenden wir genau das ein was er eben gerade gesagt hat. Oh ich grüße Leute. Oh ja. Und dann kann er so ein 48 Stunden Steam machen. Ja und nur Leute grüßen. Ich grüße nicht. Ich grüße nicht. So halb am Anfang. Let's grüßt together. Jetzt habe ich fertig gegrüßt. Danke dass du da mal schaust. Also alles was bei mir in der ersten Runde nicht funktioniert hat gegen die zweite Isi. Dafür habe ich die zweite Runde so Probleme gerade. Echt? Bei mir war die erste problematisch. Ja. Das sagt man so. Bei mir steht aktuell plus 3 Minuten 31 für einen Fan. Ja moin. Da guckt euch in den Stream rein. Ich rutsch... Ihr habt es eigentlich mal geschafft hier. Jetzt komm jetzt bleibt drauf. Beim XR-A geht es auch nicht. Ich glaube Henning Kappe hat mich heute auch abonniert. Kann das reinreiben zufällig? Ich glaube da war was. Wir hatten eine Mitteilung gekriegt. Diesbezüglich. Hallo Leon B. Willkommen. So ihr glaube ich könnt ihr jetzt reinfahren. Ja ihr könnt reinfahren. Ich näher mich endlich mal in den Ziel. Danke. So jetzt habe ich auch mal mit meinem Proportionen geguckt hier. Von wegen Cam bin ich groß genug oder zu klein. Jetzt passt es. Ein dickes Händlein. Ich bin nicht dick. Hallo? Spiegel? Das weißt du doch gar nicht. Oh doch. Nein nein das ist nur die Kameraauflösung. So Freunde wir sehen uns dann bei Renn Nummer 2. Jawohl. Und da sind wir zurück zur zweiten Map des heutigen Tages. Lest das Ding selber. Da steht was von FlipCity. Gleiche Leute sind am Start. Eine weitere automatische Map im Livestream von lieben AnimeFan unserem Gastgeber für heute. Yeah. Weiter geht's. AnimeFan-Gefind. Danke dir. Juhu. Wurste noch ausgleichen. Das sehen wir dann erst noch. Und an dieser Stelle ist es mir eine ganz besondere Ehre. Diese Episode kommt ja bei mir am Montag raus. Bei AnimeFan wahrscheinlich am Dienstag. Bei mir kommt sie heute schon raus. Und alles Gute zur Geburtstag liebe Liko K. Danke. Juhu. Alles Gute. Oh yeah. Wow. Ein Jahr näher an der 30. Wunderbar. Oh yeah. Ich freue mich. Oh. Wieso. Ein Jahr näher an der Rente. Das ist der Unterschied. Ich sage ein Jahr weiter von der 30 weg. Oh. Wir kriegen ja keine Rente mehr alter. Ja das stimmt Alex. Ein Jahr weniger leben. Keine Ahnung. Nochmal unter 30 sein. Ja. Ich wäre gern nochmal so 20. Und wir drehen uns im Kreis. Ja. 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 Ist klar. Ist klar. Wie hat das denn jetzt funktioniert? Ja moin. Die Ente war grad in mir drin. Ich bin auch runter geflogen. Hast mich auch jemand erwähnt. LOL. Wer ist Erster? Bei mir hat das funktioniert. Wir fahren glaube ich gerade alle 5 in einer Reihenfolge. So wie es aussieht. Juhu. 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 Hat der klappt. Juhu. Ja ne ist klar. Hi Digital. Ich bin direkt hinter dir. Das sind zwar 2 vor mir. Der zweite. Der zweite hat leider bei mir nicht funktioniert. Echt? Bei mir läuft jetzt alles perfekt. Juhu. Ja bei mir eigentlich auch. Ist das dritte oder vierte Mal. Juhu. 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 Das ist sogar relativ bekannt. Echt? Ich habe jetzt auch kein Rennen von ihm gefahren. Haben wir schon eins von ihm gehabt? Wow. Bestimmt. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Doch. Aber die Map auf jeden Fall hatten wir noch nicht. Oh. Aber ich muss sagen. Wir haben es hier mit einem Stückchen Zucker zu tun. Alter. Juhu. 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 Lesen und fahren ist keine Kunst. Ne. Das ist auch ganz ganz schwer. Gerade gelesen und einmal falsch gefahren. Habe ich mir noch hinter dem Digitier. Ja ich habe dein Stream ja auf dem Handy noch offen. Weil wegen Shed aber während des Fahrens. Und dann noch beim Aufnehmen. Ist das ein bisschen schwierig. LOL. Jetzt hat es bei mir nicht funktioniert weil ich die Führung nicht richtig genommen habe. Irgendwann nicht Multiturns gegen Kräbchen. Tito wieder verkackt. Ne. Also bis jetzt funktioniert alles einwandfrei. Nie gewesen. Bei mir funktioniert dieser erste Flip nicht mit diesen beiden Rufen. Juhu. Das war aber sehr knapp aber. Tag. Juhu. Gott ist das so. Wow. Geile Idee man. Ui. Da ist jemand durch mich durchgefahren. Jetzt hat es funktioniert. Alter das dritte Mal hintereinander. So als Snap-Ambau muss ich sagen. Oh Shaggy Zellmann Front. Ah XR A. Ciao. Muss mal kurz anmerken. Wieder nicht funktioniert. Ähm. Mir gefallen die Farben auch nicht. Warum? Daran wird es wohl liegen ja. Muss aber mal was da ist. Genau deswegen ja. Blöde Kuh. Ist das auch fast. Farben von Klappbach. Wie funktioniert das nicht mal? Komm da nicht rüber. Die scheiß roten Platten. So wird dir gedankt. So wird dir gedankt. So. Gleich mal schauen. Tschi tschi. Also ich hänge seit. Digital Bastard. Souverain gewonnen. Na Minute hier. Und schafft es diesen roten Elementen nicht mehr. Jetzt hat es geklappt. Kann ich als vierter rein oder nicht? Ich glaube nicht. Wir sind seit sieben oder? Wir sind neun. Ah neun. Okay dann. Der fünfte muss warten. Was haben wir denn da? Liebe Freunde. Dann sehen wir uns gleich zur dritten Map des heutigen Tages. Bis gleich. Jo. Und damit sind wir zurück zur dritten und letzten Map des heutigen Tages. Osiris Feeling. Nach wie vor ist Anime unser Gastgeber. Seinen Kanal findet ihr by the way oben rechts auf dem i. Sowie unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oh yeah. So. So Leute. Und oh. Guck mal. Das sieht lecker aus. Ach. Da krieg ich direkt schon wieder Freude. Das klingt so verkehrt mein Freund. Das klingt so verkehrt. Glaube ich nicht. Das macht mir nur ein bisschen Angst was ich da sehe. Ist ja wohl automatisch. Semi-automatisch. Semi-automatisch. Das heißt. Du sollst einen Knopf nicht weglegen. Wie jetzt. Verdammt. Und warum seid ihr alles am schneller als ich hier böse? Weil Enten halt langsam sind. Ja aber Enten können... Du weißt doch die watschen. Du bist aber ne fette Ente. Kleiner Pisser. Ey Aris hat das... Nein! Oder hat das mit mir auch noch ausgesehen. Du warst nämlich vor mir und warst auf einmal... Hier schmeißt jemand Ampeln! Ja ich hab'n Kollex. Aber Fabi. Das kriegst du zurück mein Freund ne? Weißt du ne? Ziegenmann 5 incoming Alter! Da sind wir gespannt drauf. Da wird der Ziegenmann wieder rasiert! Hast du dann Urlaub? Ja aber diesmal werde ich es anders machen. Den Ziegenmann 5 werde ich erst dann veröffentlichen, wenn ich ihn mit den Losers aufnehme. Ich hab' auch noch zwei Maps die ich zurückhalte bis die Losers sich mal melden. Ich hab' ne bescheidene Frage. Gerne. Verschwindet gerade bei noch jemandem die Umgebung? Nein! Nein! Ich seh' noch hinten die Elemente. Die Selbstplatzierten. Aber von der Map seh' ich gerade nicht mehr viel. Cool! Das soll... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub das soll nicht so. Ja doch so... Ich bin ja nur ein Laie, aber ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Okay... Also bis jetzt läuft alles perfekt. Uh! Ich drücke nur B! BVB-Fab! BVB! 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 Ich bin mal gespannt! WUH! Das war auf jeden Fall wirklich geil! Nein, das soll... Da ist der Flip. Ja ne ist klar! Und wir landen auch noch richtig! Ist klar! WUH! Ja geil achter! Nein! Da ist jemand in die Mauer gefahren vor mir! Ich bin... Respekt! Huh! Fuck nasty da ist er ja! Warpunkt musste ich leider respawnen! schade aber auch da hat es bei mir nicht ganz funktioniert das tut dir null leid mein freund ich kenne dich so ein kleiner schlingel das ist das mal den kopf der kopf also das eigentlich semi-automatisch sein soll ist das sehr schön dank dafür dass wir ja durch den container durch johannis der ziegenmann deine mutter ist der ziegenmann ist klar hinter mir ich rieche ein 2 zu 1 für anime fern ja ich rieche das auch ich habe zu auf verkackt wo kann man ja nicht glück ist einfach nicht hallo bvb für immer nicht funktioniert ja das hat bei mir jetzt auch nicht funktioniert ja ist halt eine ente am steuer was erwarten wir wenn etwas nicht funktioniert ist der fahrer schuld ja weißt du woran das liegt andrews nein aber die ente kommt nicht ans gaspedal der ist nicht schlecht und wenn sie am gaspedal ist sieht sie nichts mehr weil wir können nicht mehr oben rausgucken wow ich hab euch super lieb ne ich bin endlich mal in der zweite hunde bei so wow wir schießen gerade wieder aufs automatische zu mit drei vier mann würde ich mal sagen ja hab ich mich mal wieder zu früh gefreut lady said ich dachte man so läuft das so läuft das karma ist halt ne bitch ja ja und jetzt gehts wieder hoch wer hat nochmal gesagt dass ich eine fette ente bin äh ja jemand anders ich überlege gerade das war fabi fabi vielleicht ja ganz eventuell vielleicht montanich ziehenpriester also für eine ente bist du relativ schwer wow wow das macht das nicht schamanter der map aber auch sehr lange dauert wie viele enden hast du gewogen um auf diesen klassischen durchschnittswert zu kommen tschüss licoca da ist noch jemand endlich dann in der zweiten runde wow ey ich hab wenigstens eine aussage licoca musst du ja folgen jay ich bin in der ersten runde da schon gegen geknallt dito ich finde es sehr sehr interessant dass der map erbauer hier die runden ja das ist richtig geil die checkpoints hier verwendet was ist sogar diese eine oder eine wo du auf der seite rutscht und dann dich umdrehst irgendwie so ja das ist nice wenn es funktioniert ja wenn es funktioniert was bei mir nicht funktioniert hat bei mir funktioniert auch alles bis auf dass ich da jedes mal gegen die wand gefahren bin in der röhre vielleicht klappt es dieses mal geiler ja durch den zug das hat der organizier gekostet alleine das mit dem Curtis ja und tschüss licoca da hat es wieder mal nicht funktioniert du hast das gelobt wahrscheinlich das macht das was da war jetzt nein überdreht wow ich hoffe das reicht noch dieses bitte reich bitte reich bitte reich er dreht sich nicht wow er dreht sich bei mir dann nicht er dreht sich bei mir nicht uh hat noch gereicht ich darf wieder respawn es klappt bei mir so ich glaube jetzt müssen wir alle warten oder wieviel sind wir 10 das heißt du darf reinfahren ich darf reinfahren nein fünften nicht mehr jetzt nicht mehr reinfahren bitte jetzt nicht mehr reinfahren bitte ja das hat sich da wohl erledigt ja ich fassen ja ne das kann dann cool da ist einer der nicht im chat ist dann ist natürlich ich bin da als vierte rein ja alles gut alles gut ich habe die map ja gott sei Dank komplett gesehen eben dann ist es nicht ganz so schlimm ja liebe freunde damit würde ich sagen wir sind am ende einer episode angelangt wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich natürlich über eine positive bewertung freuen schaut beim lieben anime-fam vorbei seinen kanal wie gehabt unten in der infobox ist das ganze ding verlinkt ich bedanke mich recht herzlich für eure aufmerksamkeit und sag geschehen bitte und noch einen wunderschönen Tag Ciao Ciao